Ja moin! Heute mal ein bisschen unpersönlicher. Hier ist das Spiel, was ich gemeint habe. Das heißt übrigens Jaloppi oder Jaloppi. Jaloppi. Eine große Reise in den Osten. Wollen wir mal in den Osten reisen? Können wir nicht, weil ich habe gerade eben mal geguckt. Da muss ich bei den Spielern mal anfangen, erst mal die Karre zusammenbasteln. Pass mal auf. New Game. Mit Tutorial. All drum und dran. Heute ist sehr interessant. Wenn es nicht abkackt, schauen wir mal. Ist halt auf Englisch, aber ist halt sehr lustig. Erstmal. Wach auf. Wach auf. Nee, nee. Aufwachen wollen wir nicht, aber da müssen wir ja doch. Guten Morgen. Da ist er ja. Der Karo Heinz. Ja, ey. Wie Tag? Das hat Nacht, oder nicht? Äh, ja. Zeig mal her, das Ding. Was hast du denn da? Schublade? Nee. Gut. Karo Heinz. Ey, guck, wie geil das Oberteil aussieht. Der Kerl, der hat's. Kennt ihr ihn? Das ist der Pixel Erich. Der Pixel Erich, direkt nach der Wende. Zwei Jahre vor meiner Geburt. Und was ist das hier? Das ist ein Leica. Leica 601, ja. Woran erinnert der Wagen einen wohl? Hm. Na, nur so ein bisschen, ne. Technisch? Keine Blattfedern vorne. Äh, Innenraum anders. Äh, was ist denn das für ein Scheiß? Das ist doch kein Trabi. Außer wie ist denn ein Darstellen, ne? Nah dran. Aber da fehlt die Häfe dran. Joa, hier. Something of engineering legend in the GDR German Democratic Republic. Also, richtig. Ist sogar Leica da. Joa, 22,5. 100 kmh. Ja, guck mal ungefähr hin. Ne? Äh, ja. Wenn er läuft. Den kriegen wir schon zu laufen. Lalala. Ja, dann tüdeln wir eben dran und dann ist es gut. So tüdelt man halt, ne? Ist ein Schrotthaufen hinter mir mit der Tür. Ach, da oben. Ja gut, dann Karo Heinz. Kriegen wir hin. Kannst du mal aufhören mit mir zu reden? Guck mal, der Faden verfolgt mich. Ha. Das klingt so aus wie ein Lader da unten. Zack. Au, das läuft. Mal eben mit der Tür an den Arm geklemmt. Zurück getüdelt. Und dann schmeißen wir das Ding da so ran. So macht man die Tür an. Man hat keine vier Schlitzschrauben. Man macht einfach so. Baff. Oh, Motor. Fahrradtür. Dann machen wir mal die Fahrradtür auf. Mal sagen, wir müssen die Haube öffnen, wa? Black Ledge. Ist doch nicht schwarz, oder? Nicht schwarz. Was ist das Ding? Ha. Entriegelt. Ja, machen wir. Karo Heinz. Das machen wir. Zack. Ja, ein Motor. Meinst du wirklich? Sicher? Ja, gut. Dann machen wir das. In der Garage fliegen da Teile rum, ne? Dann gucken wir mal. Geht die Tür nicht zu? Das nervt. Ja, wollte ich gerade sagen. Automatikschrank. Oh, hier. Aber der Motorblock, der kommt nah dran, du. Motorblock. Luftfilter eben. Was noch? Eben noch die Heizung. Zack. Bauen wir mal eben dran. Kriegen wir hin. Kein Problem. Ja, dann mach ich da mal eben. Wir bauen nicht so viel Schnacken. Das kriegen wir ohne Geschnacke hin. Ja, ist doch noch die linke Maustaste. Ja. Luftfilter schmeißen wir oben drauf. Brauchen wir doch eigentlich gar nicht. Das ist unsporlich. Ja. 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 Kabo-Water. Das ist doch hier ein Vergaser bei dem Ding, oder nicht? Aber das ist doch eigentlich die Heizung. Naja, egal. Ist ja, weiß ja, wie das ist, ne? Ist ja ein Spiel, ne? Ich glaube nicht, dass Leute wieder das Spiel entwickelt haben, jemals einen Trabi auseinandergenommen haben. Oh, eine Sündenspule habe ich gefunden. Und eine Batterie. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Wassertank. Ja, dann schnappt man nicht so viel. Das kann man sich auch nicht merken. Das ist auch nicht klar, dass da ein Loch drin ist oder leer wird. So. Ignischen Coil. Kriegen wir auch hin. Zündenspule. Die muss da rein. Ja. Ja. Kriegen wir hin, mein Freund. Zack. Kann man hier auf drei Zylinder aufrufen? Hier aufrüsten, oder was? So. Ja. Ist gut. Schmeißen wir die Batterie eben rein. Zack. Schenken wir die. Ist cool. Hundertprozentig geladen. So eine Batterie kann jeder rumfliegen zu Hause. Natürlich. So. Brauchen wir noch. Dann Tank da. Den nehmen wir auch noch. Dü-dü-dü. Nehmen wir. Ja. Das ist halt so. Ja. Alles gut. Caro Heinz. Kauf mir eine neue Jacke. Die geht mal auf den Keks. Ja. Ja. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Wie gesagt. Wenn ihr lesen wollt. Das ist eigentlich selbsterklärend dieses Spiel. So. Haben wir. Ne. Sprit müssen wir auch noch haben. Echt? Boah. Ja. Ich glaube. Also. Ich habe ja einmal das. Einmal 3,50 Meter gefahren in diesem Spiel. Musst du den Sprit selber mischen. Eigentlich ganz cool. Ja. Habt ihr ein bisschen Verblödel gemacht. Hier. Spritkanässer. Und am Arm geklemmt. Wasser. Und Mistöl. Mistöl. Ist gleich Zweigtaktöl. Ja. Dann machen wir mal. Caro Heinz ist gut. Guck mich mal an. Guck mir mal in die Augen. Na. Ohne Scheiße. Das kriegst du voll den Pummel. Wenn ich so mache. Du wirst beklopfen. Buh. So. Äh. Spielbraucher. Zack. 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 Zehn Niedergehen da nur rein. Was ist das denn? Keine 26. Ja. Schmeiß weg den Scheiß. Wasser. Ja. Tütteln wir doch mal eben da rein. So. Er macht doch voll die Kiste. Du hast doch Problem. So. Weg damit. Noch ein bisschen Zweigtaktöl oben drauf. Ja. Mann. Alles gut. Alles gut. Zack. Auch wegschmeißen. Das ist gut. Auch Reifen brauchen wir auch noch. Wirklich? Bist du dir ganz sicher? So. Holen wir. Holen wir. Holen die Reifen. Ja. Ja. Alles gut. Ja. Heinz. Das noch mal im Wandschrank. Überleg mal. Ein Reifen wie 20 Kilo? So. Und wir da noch ein bisschen da. Hier. So macht man das. So arbeitet man in der Deutschen Demokratischen Republik. Ja. Packen wir. Wagenheber. Film in der Mitte. Darfst du es auch nicht machen. Aber ich mache es auch immer so. Zack. Ne. Eben Reifen ranschmeißen. So. Mit Anlauf. Eins. Zwei. Und. Drei. Ne. Ne. Findest du wo? Du gehst und wappst. Ach. Okay. Achso. 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 Wie. Jetzt kann ich es machen oder was? Auch nicht schlecht. Zack. Eben rangeschmissen. Zack. Anschrauben. Eine Radschraube. Das ist mal richtig. Ups. Da wollte ich ja gar nicht. Wieder rangeschmissen. Zack. Und die eine Radschraube wollen wir jetzt festtüdeln oder was? Zack. Ja. Das ist mal sparsam. Radlager ist gleich hier Radaufhängung. Zack. Büschen tüdeln. So. Da kann der Karo Heinz noch zufrieden sein. Also was soll er denn sonst sagen? Ne. Eben den Wagenheber hier weg. Zack. Tasche stecken das Ding. Da wiegt ja nix. Das ist ja all nur so ein Pappkram. So. Hoch damit. Reifen holen. Kleinen muss gleich wieder 200 am Arm und dann geht das los. So. Erich. Ja. Äh. Du drauf. Da ist gut. Den will ich da auch drauf schmeißen. Mann der Karo Heinz steht mir voll im Weg. Zack. Zack. Ja. Dann gucken wir mal ob das Ding läuft. Ersatzteile reinpacken. Nehmen wir den ganzen Scheiß hier mit. So. Flasche. Das gute alte Mistöl. Äh. Zweitaktöl. Zack. Mit Brettern drin. Richtig Luxus. Zack. Zack. So. Den Wagenheber brauchen wir glaube ich auch. Ja. Ja. Da hin. Da hin. Ach da hin. Okay auch egal. Wagenheber. Ist hier noch weit. Ah hier. Hier ist eine Werkzeugkiste. Die brauchen wir auch noch. Und waschen tun wir den nicht oder? Das ist ein Red Style Ding. So. Das Werkzeug hat er auch. Hat mir mal einen Kolbenfresser letztens gefehlt. Achso. Da war so ein Wagenheber haben wir ja auch noch. Da kann man denn die Karo eines in der Hand drücken. So. Wagenheber in der Hand. Wagenheber auf dem Schrank. Nicht in der. Das ist doch nie normal. Ah so ist gut. So ist das doch wie neu. Guckt euch das Ding mal an. Original Duroplast Farben ne. Tür. So. So. Dazu. Dann auf. Äh ja. Äh. Rennen wir mal rein. So. Was sollen wir denn machen? Oh je jetzt kommt das. Kommt das Werkstatt Hamburg. Oh das ist sogar auf Deutsch. Betriebsanleitung. Verehrter Leica Fahrer. Bla bla bla. Sowjetunion Show in Great French. Bla bla bla. Leica Automobilwerke. Aber wenn das mal nicht ne Kopie ist von Sachsenring. Zwickau ne. He 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 he. So. Gucken wir mal. Haben wir denn noch hier. Ui. Alles was man machen muss. Aber da habe ich keinen Bock dazu lesen. Ich schmeiß es weg. So wie Streifen Karl da schon sagt. So die Map. Ach die muss man auch noch haben. Halt die mal in meinem Bauch rein. Genau. Ha. Ha. DDR Auto Atlas. Siehste mal. Wo fahren wir denn lang überhaupt? 380 ist ja scheiße. Ja Spred brauchen wir auf jeden Fall. Hä. Nehmen wir die erste wa. Die erste sieht gut aus. Nach Dresden. Von Berlin nach Dresden. Mit extra viel Mistöl. Gut. Dann würde ich mal sagen. Pages. Corners. Bla bla bla. Ja ist gut. Ja da kriegen wir so hin. Und Schlüssel. Lasst mir raten. Die sind. Da. Na. Hä. Ach da. Naja. Gut. Guck mal der fliegt. Wo will der denn jetzt hin? Hat er keinen Bock mehr? Naja. Egal. Also originalgetreu sieht anders aus. Hab wohl ein paar Anleihen. Weil so eine Taktanzeige allein ist halt ein. Das ist ein Deluxe. Und ein Radio macht halt Musik. Genau so ein Bösch. Aber Tür mal zumachen von der Kiste. Obwohl lass die mal auf. Ich muss mal ein bisschen den Sound lauschen. Weiß nicht ob der bei euch ankommt. Das Ding läuft. Uiuiuiuiuiui. So. Aber ob das Ding fährt. Das erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Hab ich gerade so entschieden. Weil ich ein gemeiner Mensch bin. Äh. Wenn euch das gefallen. Gefällt ne. Schreibt da eben auch noch. Ist was besonderes dieses Spiel. Definitiv. Aber ich hab gedacht. Pass erst rein. Zu unseren. Spezialkram. Ich mein. Trabi ist Trabi. Und ne. Mein hat momentan einen kaputten Golben. Oder zwei kaputte Golben. Und er hat keine Lust. Naja gut. Denn bis zum nächsten Mal. Zweiten Teil. Oder was weiß ich da. Hier rin gehauen. Munter. Wie. 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 Wie.